Willkommen zurück bei Dead Island 2. Oh, komm! Dreh dich nicht um. Oh Gott, oh Gott. Hast du wieder auf ein Auto geschossen? Nein. Doch, hast du. Sind die hinterhergelaufen die ganze Zeit? Hinter dir. Ja, ich will die nicht umdrehen. Ich muss nachladen. Das sieht cool aus, wie der dir so hinterher rennt. Ja, Emi mag ich die, Emi mag ich hier die, die Schmeißwaffe nicht. Können wir ihn in Ruhe lassen, der Emi. Da hörte mich jetzt lieb. Nee, das sind zwei. Das sind zwei. Oh, falsche Single. Ah, okay. Nein, hab ich. Oh. Oh Gott, ganz schnell. Uiuiuiui. Warte, ich mach ihn noch fertig. Oh, den fang ich jetzt noch fertig. Hier steht alles unter Wasser, alles Elektronik, was man hier ist. Ah, die sind gleich tot. Oh, was ist hier los? Warum steht hier alles unter Strom? Ich hab den Strom ausgemacht. Ja, ja, ja. Nein, lass ihn an. Ah. Jetzt bin ich tot. Da war noch Strom an. Ich dachte, das wäre dafür. Erst das ist noch mal die Granate. Ähm, wir warten. Wir treffen uns in Hütte. Ist das nochmal die Granate? Äh, T? Oder Q. Q. Oh, fuck. Die haben dich. Wir treffen uns in Hütte 18. Wo ist denn Hütte 18? Weg da! Oh, was ist denn hier los? Ich sehe nichts mehr. Da glaub ich, wir müssen hier weg. Und zwar dringend. Ja. Folge Sean zur Rettungsschwimmerhütte 18. Andere Seite. Hinter dir. Boah. Hab ihn. Ich hab was tot. Geh mal da vorne. Rettungsschwimmer 18. 28 Schuss habe ich nur noch. Wir sind schon bei Folge 35. 37. Töte die Zombies herum herum. Boah. Mein Gott, warum hält ich denn nicht? Ich glaube nicht. Die haben mich nicht verletzt. Wir haben ganz schön viel Leben. Ich kriege Mitglied mit dem Headshot nicht mehr Platz. Oh, ich hab keine. Nichts mehr. Ja, gut. Alter, ich hab gleich kein Leben mehr. Alter, lass mich noch in Ruhe. Oh, ich bin tot. Äh, ich lieg hier am Strand. Und chillen ein bisschen. Ich versuche es. Oh, fuck. Ich hab keinen Nimmig-Kanin mehr. Danke. Okay, den Decken habe ich. Hier liegt ein Zettel. Wo? Schnellverzweifelter gesucht. Ja, das ist das. Hier sind was zu essen drinne. Äh, lass mal eben gucken. Scheiße. Äh, Sammlerstücke. Äh, nein, nicht Pläne. Aufzeichnungen. Schon. Ich habe ein Treffen im Hauptquartier eingerufen. Hauptquartier? Der Hauptquartier. Sehen wir an. Wat für ein... Ach so. Ach, da hinten. Komm mal mit. Ja. Laufen, laufen. Aber weißt du was? Das Spiel frisst... Aber das Spiel frisst auch jede Menge GPU-Auslastung. Ja. Äh, da hinten mal so einen. Oh nein. Oh mein Gott. Ich bin da, wir machen die Fliege. Ja. Ich bin da hinten. Ich bin da hinten. Aber ich habe es jetzt noch nicht einmal gelesen, Emil. Von GPU. Blablabla. Also, dass der ein Coder an dem Macker hat. Ne, da ist wieder einer, die schreit. Ich habe keine Schüsse. Mit Pablo und Aegis? Nicht necessärlich. Aber er klingt naiv genug, um zu versuchen zu hören. Ne, wir gehen jetzt erst... Ne, halt, stopp. Hals habe ich. Hals. Okay. Das war... Im Hauptquartier. Ne, wir blockieren eine volle Welt, die NPCs. Image stimmt hier nicht. Oh. Hier... Hä? Warte mal. Sean ist am Pier? Wird mich jetzt verarscht? Oder was? Sean ist am Pier. Ja, dann machen wir ja die andere. Haben wir schon da am Pier müssen? Dann machen wir auch erst die andere. Ähm... Quest. Wenn die Sean hier in der Nähe ist. Ich schieß. Ruf der uns da weg, oder was? Da ist ja wieder so ein Schreier. Hals. Ich will da nicht schreien. Ich will da nicht schreien. Nicht schreien. Nicht schreien. Okay. Ach, hier war ich doch voll hinten drin. Eisos. Nein! Muskel-Betschuppen. Muskel-Betschuppen. 誰 bin irgendwas. Muskel-Betschuppen. Gut, dass die alte hier in den Pannkang. Maske... 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 Okay. Maske... Maske... Hier so rechts, wo oben? Oh Gott, dann hätte ich das... Maske... Beach Schuppen. Wir suchen eben eine Muskelbeach auf dem Venice Beach. In welchem Laden in Venice war Pablo? Wir sind da in Venice Beach, oder? Warte nicht. Doch, Venice Beach. Da sind wir gerade. Muskelbeach. Ist das Ding ja auch so, oder? Mal eben gucken. Äh, Muskel? Pablo. Ich habe das Geld, also schaue ich später vorbei. Inzwischen, ich muss nur erst noch zwei andere Läden diesen Muskelbeach schuppen. Und dann noch zu Gang Irgendwas für Mr. Dilla. Gang Irgendwas. Also wenn du irgendwas mit... Außer Beach? Ist das nicht das hier, wo die Trainingsgeräte sind? Also da, wo bist du jetzt? Hier ist so ein Ohr. Ist das eine hohe Frage? Ja, geh gucken. Wenn du es findest dann. Da muss ich nochmal finden. Ihr habt doch nicht zugehört. Muskelbeach schuppen. Schuppen. Ich glaube das ist der Dach, das ist... Ja und ich such immer diesen Grinder? Grinder? Oh, ich habe den Müll gebacken. Welches Leben hat der Kerl? Äh... Gang Irgendwas. Guck mal, ob ich irgendwas finde, was mit Gang anfängt. Gang Green! Gefunden! Das ist das Einzige, was mit Gang anfängt. Wann? Wann ist das schonmal? Dass man auf ein Dach musste? Ich glaube die... Hier waren wir, wo das Dinger runtergeknallt ist. Scheiße. Wir sind die da runtergekommen. Achso, warte mal. Wir sind hier irgendwo hoch. Oh Materie, lass mich in Ruhe. Oh, da ist die Kiste. Oh, da ist die Kiste. Andere Seite. Wann? 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 Wann da? Was sagt das hier, Diagonia schuppen, aber wie sind wir da reingekommen? Wie sind wir hier reingekommen? Letzte Mal? Wir sind eh irgendwo drüber gelaufen, oder? Bei dem weißen Haus neben mir vielleicht auf dem Dach? Und dann rüber gesprungen? Ich weiß es nicht, wir sind auf jeden Fall eh irgendwo drüber. Wir sind eh irgendwo drüber gelaufen. Wir sind eh irgendwo drüber gelaufen. Was ist denn? Wir sind immerhin nicht so auf das Dach gekommen. Hä? Oh, hi. Junge, Junge. Hier gehen wir. Wie sind wir denn da rüber? Die weiße sind wir auch nicht rüber, oder? Ne, weil du da nicht rüber springen kannst. Oh, jetzt. Da kommt ja gleich so ein Dick ein gegen. Oh. Oh, ich schraube ich hin. Wie sind wir da rüber gekommen? Wie sind wir da reingekommen? Wie langsam der Dicke da läuft. Gang Green Schlüssel erforderlich. Wir sind doch da reingekommen, jetzt mal. Warte auf. Warum bist du hier schon wieder dran? Und du auch. Warum seid ihr hier schon wieder dran? Hm. Gigantischer Schlüsselbund. Wie sind die denn hier reingekommen? Nee. Hier gehen wir erst zu der Mucki, hier gehen wir erst zu der Muckiboda und dann... von dem Dings. Wie auch immer wir das letzte Mal reingekommen sind, ich hab keine Ahnung. Bei Emi sind wir noch reingekommen, aber... ... 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 Können wir die ganzen Nebenquests machen, dass wir dann den, dass wir dann den Zombies an Level, äh, weißt du, höher sind? Versuch ich das ein? Ja. Aber irgendwie habe ich nicht so das Gefühl. Ich habe das Gefühl, die haben sogar mehr Leben gerade, weil ich krieg die kaum mit dem Schwert kaputt. Ja, mit dem Schwert krieg ich die auch kaum kaputt. So. Maske Beach. Ah, ist es. Shop gefunden. Ja, das ist das, wo die Trainingsgeräte stehen. Wie schon gedacht hab. Ist dir kein Knopf? Nur von der anderen Seite zu öffnen. Okay, dann müssen wir einmal hinten rum. Ja, ich hab auch. Wow. Da komm ich leider nicht rüber. Gar nicht? Schauen zumindest nicht. Hier vielleicht beim Wagen? Hier. Ne, hier an der Seite. Hier im Wagen geht's auch. Glaub ich. Boah. Bin dann von der anderen Seite gekommen. Hi. Hi. Hier müssen wir wahrscheinlich lang hier vorne. Hier liegt nur Loot. was? Herr, runter loot? So, wie machen wir jetzt mal? Mal rot hier. Ich bin hier ein 어언. Ja, ich bin hier ein Tempel. Ja, du fundsum. Ja, er ist gleich tot, yo. Oh, ich schätze, ich auch. Hallo, darf ich hier hoch? Das lässt mich nicht hier hoch. Ich hab keine Muni mehr, also gar keine Muni mehr. Ah, Papa. Hey. Guck mal da ganz hoch, das ist ein Leiter. Hier in der Mitte oben. Ich seh's. Ich seh's, guck mal. Hm, ist eine gute Frage, wie man da hinkommt. Da nicht. Erstmal geh mal hier rein. Ich wusste das. Äh, vierte Verteilerkasten. Da muss man Sicherung rein. Ja, wahrscheinlich für den Strom oder so. Oh, scheiße, ich hab die Tür aufgemacht. Die kommen jetzt alle von da. Ja. Wir brauchen irgendwie einen Verteilerkasten. Ich geh mal gucken. Kann ich... Oh mein Gott, die kommen ja wirklich von da. Gleich hier drin. Guck nach. Ich guck mal, ob ich vor dem Auto irgendwas finde. Hier kann ja von anderer Seite geöffnet werden. Hast du die jetzt auf? Hast du die Tür jetzt aufgemacht oder? Nee, kann nur von der anderen Seite geöffnet werden. Ach so. Aua, boah, ich kriege mir ab. Ja, dann muss ich wieder zurück. Ist aber die beiden auch gepumpt in ein Männerchen. Doch. Muskeln sind nicht alles. Ja. Fleece Muskeln schon. So, äh. Ja. Ich muss hier noch einmal rumlaufen. Was? Hast du jetzt... Hast du eine Dings? Nee. Warte nicht. Also ich guck mal eben, ob ich irgendwo... Guck mal, ob du eine Autobatterie... Ich hab die Autobatterie, ich glaub ich auch, oder? Mal gucken. Ich kenne sich nicht, als ob ich da die Tür aufmach. Hast du eine gefunden? Ich glaub ich hab eine gefunden. Oh mein Gott. Ja, ich... Kann ich die irgendwie... Ah, das ist nicht... Das ist nicht. scheiße warum denke ich eigentlich immer dass ich deine eine bautobatterie anpassen kann die blitze schießt ich bin nicht flash ich kann kein schock ding anfassen was nicht nein täuscht du mich aber noch habe ich denn jetzt die batterie der autobatterie kann ich da nicht rein klopfen ich versuch ich suche gerade immer noch eine ich habe unsere gerade zerkloppt wir legen nämlich zwei stück rum ja immer eine sicherung muss da rein sicherung ja keine mehr ich habe keine mehr anscheinend doch ich habe eine sicherung aber das ist wahrscheinlich die falsche das ist so ein viereck dinge aber das ist eine andere so rein maske bis schuppen nach hinweisen auf paolo ist da wirklich nicht rein ja muss die ehuner auch eine andere sein ich guck mal ob ich noch mal andere finde ist welches verarschen hallo ja hi ich schütze mir gerade alles auf so hier waren wir schon okay du bist tot hier ist es nicht hier ist irgendein Viech hinter hier hinter dem Garagentor ein riesen Viech ja ich höre das in der Garage waren wir schon drinnen ja ja da sind die Dings drinnen da sind die fetten drinnen Aua 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 Ich glaube, wer hier ist. Ich glaube aber nicht, dass hier ne Dingsturm ist. Du sagst hier in Sicherung oder so. Hab sie! Glauben. Das wird explodiert. Oh, da sind wieder zornig. Scheiße, da sind wieder zornig. Die müssen einmal rumlaufen, glaube ich. Wettern kannst du mit dem Ding nicht. Aua, aua, aua. Wetter nebenher. Vorsicht, da kommt ein großer. Okay, den hab ich schon weggerüst. Ja gut. Da drinnen sind noch welche. Oh, hi. Oh, hi. 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 Keine Ahnung. Vorsicht, der explodiert, glaube ich. Ist die Sicherung drin? Ja. Dann müssen wir den Knopf hier hinten drücken. Ja, mach. Garage. Warte. Aua. Du musst erst mal rüberklettern. Garage taust hier hinten auf. Du musst über den Zaun springen. Hinten? Ja. Na klar, wenn ich dich nicht hätte, hätte ich keine Orientierung. Ja. Immer wieder gerne. Ja. Und ich wär schon längst tot. Wenn du mir nicht immer aufhören würdest. Kann wohl. Sag mir jetzt nicht, ich hab... Okay, jetzt können wir auch hier von hinten in den Laden rein. Yo, ich kann mal. Hambies? Na. Ja. Vorhin stand hier ein Zombie dran, aber ich weiß nicht, wo der hingerangt ist. Und wer hier raus konnte. Oh. Äh, ich kann alles bezeichnen. Schreckt, bla bla bla. Schuldenfalls Dokken. Marien. Wieland. Vorher zum Lied, dass ich das Geld in Rose tatuisch über dir. Hinter dir. Also wir müssen entweder in Rose tatuisch-studio oder in den Green-Laden rein. Also gehen wir erst in den Green-Laden gucken. Oder in den Green-Laden zu dir. Wir gucken mal. Äh. Weil bei eins kommen wir ja sowieso dran vorbeigelaufen. Aber den Schlüssel hat da keiner. Und das Tattoo-Studio. Das Rose-Tattoo-Studio. Lass mich mal ruhig. Nein! Oh mein Gott. Fangen wir noch mit rein? Ja. Die fangen mit rein. Rose tatuisch-studio oder Green? Aber bei dem Green-Laden waren wir doch schon. Komm mal mit. Ja. Ja. Da bei Rose nix ist, gehen wir mal zum Green-Laden. Der ist ja nicht weit weg. Oh, gefühlt ne halbe Stunde zu töten mit dem Green-Laden. Oh shit. Ich komme. Hi. Hi. Es ruckelt und pumpelt und pumpelt im Sack. Ja, dann machen wir die Zombies fehlend. Und dann macht das Knick-Knick. Dann wo es nicht macht. Ach, das ist nicht knack-Knack. So. Ich bin gerade aus, weiter. Ah. Oh, Schrei Hals. Aua. Können wir nicht mal Urlaub machen? Oh, ich bin gerade aus, weiter. So, da sind wir rein! Aber wie kommen wir da rein? Wie kamen wir da rein, so verfluchten Kacke? Kam da doch irgendwie rein! Wie sind wir da letztes Mal reingekommen? Vorsicht! Aua! Du kannst ja nachgucken, wie jemand reinkommt. Du machst das! Ich guck mal, ich guck gleich mal. Mir fehlt auch kein... Hier kommt! Klar, da oben kommt der... Oh mein Gott! Oh! Oh, jetzt explodiert ja alles, oder was? Oh Gott! Oh Gott! Hallo! Ich guck mal das! Oh! Oh! Ja, ob wir da reinkommen, oder nicht, das sehen wir in der nächsten Folge. Ciao!